Yo ho ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video des CSQ Adventskalenders 2018 und heute haben wir auch schon Türchen Nr. 15. Wie immer gehen heute auch 3S Preise raus an euch. Nur bevor ich jetzt sage was es heute zu gewinnen gibt, möchte ich kurz erwähnen, dass ich ja gestern unterwegs war, Geburtstagsfeier von einem guten Freund von mir, ja ich bin jetzt noch ein bisschen noch nicht ganz fit also, yo. Ich merke auch, dass meine Stimme heute etwas anders da ist. Ich habe ein bisschen Halsweh und bin vielleicht noch ein bisschen drunk aber ist alles okay. So der erste Preis für heute ist ein Operation Hydra Key. Ist mal der erste Preis da an der zweite Preis wäre eine Pipi Bison Judgment of Anobis. Jetzt muss ich kurz mal wieder nachgucken, was der zweite Preis ist von heute. Die Condition ist Field Tested, ja genau. Und der dritte Preis wäre dann heute eine, welche nehmen wir da? Nehmen wir diese. Eine AK-47 Red Line in Field Tested. Also die Red Line ist auch Field Tested. Und weil ich gefragt worden bin, ob sich die Gewinner da ein Stück aussuchen dürfen, weil sie vielleicht doch lieber die haben wollen mit dem Sticker. Ne, ich offer immer die Skins raus, was ich halt hier jetzt auch herzeige zum Beispiel. Die AK Red Line mit diesen zwei Stickern geht dann raus an euch. Die Gewinner von gestern setzten heute natürlich wieder aus und die Gewinner von heute werden morgen aussetzen. Warum? Ich mache das so, dass jeder Gewinner einmal einen Tag aussetzt, damit halt auch dann mehrere Leute eine Chance haben, zu gewinnen. Ähm ja, dann lass uns gleich mal den ersten Gewinner ziehen, der Hydra Key . Der geht heute raus an den Du-Dun-Dun. Oooooookay. Tierndin . Ich habe voremin'em ehrlich gesagt keinen Plan, wenn man denen Namen ausspricht. Ich weiß aber du bist seit Anfang an dabei und hast bis jetzt noch kein einziges mal gewonnen. Deswegen gönne ich dir jetzt auch den Key. Ich meine, der Hydra Key sitzt nicht so. das Gelbe vom R, sage ich mal, aber du hast es mal gewonnen. Glückwunsch an dich, mate. So, der zweite Preis war ja die Pipi-Bison-Judgment of Anubis und die geht heute raus an den Dean-Switch. Lull, einfach nur Lull. Okay, mate. Glückwunsch an dich. Du bekommst die Pipi-Bison-Judgment of Anubis. Und der dritte Preis war ja dann die Aka-Redline, ebenfalls in Vielzester. Und die geht heute raus an Alexander Moos. Krass, der hat schon wieder gewonnen. Alexander, erstes Mal heißt du genau wie ich. Also von dem her mal auch nice. Zweitens Mal hast du es glaube ich auch schon zweimal gewonnen. Wir sind nicht sicher, müsste ich da nochmal nachgucken. Aber auch Glückwunsch an dich. Gönn dir die Aka, die hast sie dir verdient. Und dann möchte ich mich jetzt auch gleich mal für den einen oder anderen Versprecher entschuldigen. Wie gesagt, ich bin heute noch nicht so ganz ich selbst. Zur Erinnerung, es gibt ja am 24. Dezember ja ein Knife als Hauptpreis. Zwar ist es ein Bowie-Knife, Knight in Minimalware. Der Gewinner von dem Knife wird voraussichtlich unter dem Video oder dem Türchen 10 gezogen. Warum? Ich möchte einfach, dass so viele Leute wie möglich eine Chance haben auf das Knife. Und das Video Nummero 10, beziehungsweise Türchen Nummero 10, ist bis jetzt das meist kommentierteste Video von dem C-Squad Westkalender. Und jo, also wenn ihr eine Chance haben wollt auf das Knife, dann kommentiert unter dem Video. Ich werde es euch in der Infobox auch noch verlinken, beziehungsweise hier dann oben rechts irgendwo so eine Infocard einfügen. Dann könnt ihr da halt auch drauf klicken. Und dann all die Boys, die was heute zum ersten Mal einschalten, sich fragen, jo, was geht hier ab, wie kann man hier teilnehmen? Es ist ganz einfach, ihr müsst einfach nur dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentator unterschreiben und auch ein Abonnent meines Kanals sein, dann seid ihr bei der morgigen Ziehung mit dabei. Um bei dem Hauptreis dabei zu sein, müsst ihr unter dem Video Nummer 10 kommentieren, also auch positiv bewerten und ebenfalls ein Abonnent meines Kanals sein. Der C-Squad Westkalender selber ist ein Format, wo ich vom 1. bis zum 24. Dezember täglich ein Video hochlade, auch wenn ich am Vortag noch feiern war. Es gehen täglich um die drei Skins raus an euch. Overall haben wir hier eine Value von 400 Dollar, die hier rausgeht. Und wie gesagt, am 24. Dezember haben wir als Hauptreis noch ein Bowie Night in Minimalware. Und weil es mir heute auch nicht so gut geht, versuchen wir das Video so kurz wie möglich zu halten heute. Ich wünsche euch für morgen noch viel Glück. Falls jemand Fragen hat zum Video, ich verlinke das Ankündigungsvideo auch ebenfalls in der Videobeschreibung. Dort sage ich alles, beziehungsweise spreche ich alles an, was zu wissen ist, beziehungsweise was halt so an Informationen wichtig ist. Die Gewinner von heute werden wie immer unter den Kommentaren des gestrigen Videos kontaktiert. So dann antwortet ihr mir dann einfach mit eurer Trade-Luell und ihr bekommt den Skin in den nächsten 24 Stunden. Ich sag mal gleich, stellt euch darauf ein, dass der Skin morgen rausgeht an euch, beziehungsweise sie morgen erst den Offer bekommt, weil kann gut sein, dass ich mich dann wieder schlafen lege. Dann wünsche ich euch für morgen auch noch viel Glück oder so und sag nur noch Ciao und bis morgen, euer Santa Elmo. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.